An dies war das der Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Best-Off. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ihr haut halt nach der E-Bore-SPC selber noch die Icon-SPC raus. Abfall ist angesagt. Ich sag's mal so, wie es ist. Ja, 100k kostet sie mehr als die letzten. Die letzten beiden Best-Offs waren ja ultra krank. Da haben wir alles gezogen, was so ging. Von Cruyff zu Eusebio. 28 Stück haben wir heute. Ich bin sehr gespannt, was wir hier ziehen werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare als erstes. Was habt ihr gezogen? Habt ihr es gemacht? Werdet ihr lieber sparen? Habt ihr schon ausgecashed euer Futter? Und nicht zu vergessen, lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Schafft mir bis 12 Uhr die 2000 Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen. Vielleicht schaffe ich es dann auch noch, unsere Weekend-League-Challenge heute Abend zu laden. Als zweites Video des Tages. Kuss geht raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Abfall ist angesagt. Viel Spaß mit dem Best-Off. Let's go. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber... Ja, ihr habt sich gedacht, nach dem Hero-Upgrade gestern, hauen wir halt einfach mal noch eine Icon-SPC raus. Baby-Icons waren bei uns immer big. Wir starten rein mit dem Zamprotter. Kostenpunkt. Übrigens, dieser SPC knapp 570k. Heißt, die kostet nochmal 100k mehr als die letzte Baby-Icon-SPC. Das ist ganz wichtig zu sagen. Zamprotter ist auf jeden Fall spielbar. Kostenpunkt 465k. Ist okay. Ist definitiv eine spielbare Karte. Sieht ganz gut aus. Aber natürlich bist du dich im Plus mit der Icon. Sagen wir es mal so, wie es ist. Deswegen, mein Lieber, trotzdem GG. Elmo braucht ihn. Und damit ist es doch am besten. So muss es sein, mein Lieber. GG. Let's go. Wir haben das zweite Icon-Pack. Es wird werden... Oh, das sieht aus wie... Oh, das ist Pushkas. Es geht... Ey, das ist unfassbar, wie gut die sind schon wieder. Oh, ich habe gedacht, das wäre so Michael Owen oder sowas. Und er zieht halt einfach den Pushkas. Den kennen wir sehr, sehr gut, Chat. Ein dickes GG in den Chat, Jungs. Sehr, sehr geil. Also wir hatten ja die letzten beiden Best-Obs. Da war ja schon Eusebio, Kräuf und so weiter dabei. Und jetzt geht das genauso weiter. Wahnsinn. Absolutes GG. Pushkas-Baby. Absolute Liebe, die Karte. Sag ich dir, wie es ist. Absolute Liebe. GG. 1,2 Millionen nimmst du mit. Let's go. Wir sind jetzt bei Xavi angelangt. Und Xavi war im letzten Icon-Pack, was er gezogen hat. Den guten alten Eusebio-Baby drin. Also das ist ein anderer EA-Account. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich hoffe natürlich auf keinen Eusebio doppelt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, mein Lieber. Xavi, hau alles raus, was geht. Let's go. Hau einfach alles raus, was gut. Er hatte Eusebio im Ersten. Wenn jetzt Pelig, Kräuf oder sowas kommt. Ach, du Heilige. Argentinien, ZOM, Maradona. Es ist unfassbar. Das ist nicht dein Ernst, Xavi. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Xavi? Ich packe diesen Account nicht, Chat. Was ist das denn, Chat? Was sind denn das für zwei Icon-SBCs gewesen? Was waren das für zwei Icon-SBCs, Chat? Und alle drei waren wieder gut. Und das ist das vierte direkt. Er hat nämlich schon geöffnet. Hoppe, mein Lieber. Da hatten wir aber Glück, dass wir direkt rübergegangen sind. Casillas Baby, Torhüter. Ziemlich klein, ne? Ziemlich kleiner Casillas Baby. Ich weiß gar nicht, was der gerade aktuell kostet, mein Lieber. Aber ich glaube, das ist die schlechteste Icon vom Preis her, die wir gezogen haben. Aber da muss man sagen, Baby kostet 181k, ja. Aber es ist ein neuer Icon und ein Torhüter. Vielleicht ist er ja gar nicht so bad. Man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Aber, ja. Ich glaube, der Einzige hat wahrscheinlich Besseres erwünscht. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber statt Pope, Casillas spielen, ist auf jeden Fall eine Verstärkung vielleicht sogar, ja. Galaktisch hat Mbappé in Rot gezogen und darf jetzt unser fünftes Icon-Pack ziehen. Ich bin unfassbar gespannt. Unfassbar gespannt, was du dir rausholst. Ob dein Pack lag von den Player-Peaks jetzt rüberschwappt zu dem Icon-Pack. Cannavaro wäre nice. Uh, das ist Schuka, ne? Ah! Nächste Karte, die nicht viel wert ist, glaube ich. Ich glaube, Schuka kostet 300. Ja, 319k Schuka. Ja, er ist auf jeden Fall, den kannst du trotzdem spielen, ja. Du kannst den trotzdem bestimmt spielen. Ich habe ihn selber noch nicht gespielt. Er sieht spielbar aus. Ob er es ist, kann ich aber leider nicht sagen, ja. Wenigstens spielbar, aber natürlich nicht der Preis, was die SPC kostet. Ja. Und dazu muss man ja auch sagen, man weiß ja nie, ob ihr jetzt so viel Android-Stuff damit reingehauen habt oder nicht. Ja. Let's go. Kuss geht raus fürs Helfen. Dankeschön. Nummer 06. Und das wird zum ersten Mal Sokrates. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Sokrates Baby. Habe ich persönlich noch nie gespielt. Weiß nicht, ob der so geil ist wegen seinem Player-Model dieses Jahr an FIFA. 358.000 Münzen kostet die Karte. Also so schlecht als ZOM sieht er nicht aus. Weiß nicht, wie ihr es seht. Link mit deres, genau, zum Beispiel, ist okay. Ich finde die Karte, ich meine allgemein, einen Brasilianer zu haben, ist, denke ich, nie schlecht. Nr. 7. Der Chat haut die Herzen sogar raus und wir sehen einen Torhüter, oder? Oh, Yashi Baby. Ich sag dir eins, wie es ist. Ich sag dir eins, wie es ist. Es war der beste Keeper, den ich dieses Jahr gespielt habe. Es ist der beste Keeper, den ich bis jetzt gespielt habe, dieses Jahr. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Der kostet 340.000. Warum ist der gestiegen, ne? Warum ist der so teuer geworden, ne? Das ist frech. Ich habe meinen Fonds für 300 verkauft. Wirklich, Yashin ist der beste Keeper, den ich dieses Jahr gespielt habe. Deswegen sag ich GG. Yashin ist eine geile Karte und definitiv spielbar. Let's go. Wurde mir gesagt. Komm schon. Nr. 8. Es wird kein 90-Pluser. Oh nein, nein, nein. Bitte, Jarrah, Lampert. Oh Gott, Skos. Grüße gehen raus an Tim Latka. Ich glaube, Tim hat nämlich den auch gezogen, wenn mich nicht gar nichts täuscht. Skos ist natürlich ein ganz, 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 ganz dickes F, Jungs. Ein ganz, ganz dickes F. Komm schon, Yashin. Gönne. Na, Gott, ja. Ah. Jetzt ziehen wir Back-to-Back ganz schön Mist, Jungs. Jetzt ziehen wir ganz schön Mist zur Zeit. Man kostet sogar nur 80.000 Münze. Ich glaube, eine der günstigsten Icons, die wir haben. Ja, ja, alles gut. So, Abfahrt. Wir gehen rein ins Zehnte. Let's go. Come on. Wieder kein 90-Plus. Portugal. Oh mein Gott, Eusse. Das ist... Ach nee, Eusse ist ja MS, ne? Oh nein. Aber Figo ist okay. Figo ist okay. Figo ist absolut spielbar. Gerade als Z2M der Position Change ist halt super nice, finde ich. Figo ist echt geil. Das ist okay. Kretsche, dafür kriegst du jetzt... Kretsche, dafür kriegst du jetzt was richtig Gutes im Elften, ne? Come on. Zeig uns was. Frankreich immer gut. Wer ist denn das? Oh, Plonk, Big. Plonk, Baby. Let's go. Sehr geile Karte. Ich sag dir eins, so wie es ist. Ich hab mit vielen, sehr, sehr vielen E-Sportlern geredet. 800k übrigens erstmal. Mega nice. Und ich muss eins sagen, ne? Ganz viele E-Sporter sagen, der Typ ist geisteskrank gut. Der soll richtig, richtig gut sein. Deswegen, zu Plonk, ein dickes GG. Und nicht zu vergessen, ist es kein Petit geworden. Let's go. Stimmt. Komm schon. Nummero 12. Oh, seh doof. Auch? Ich sag's mal so. Auch wenn der Baby-Rulet eigentlich der schlechteste Rulet ist. Aber sieh mal bitte einen Rulet-First-Owner. Der kostet halt auch 850k. Also es knallt schon. Ja, das Einzige bei Rulet ist halt, ich glaube, physisch und defensiv ist, glaube ich, nicht so gut. Und er hat, glaube ich, einen anderen Body-Type als der mit. Irgendwie. Oder spielt sich ein Stück weit anders. Aber einen Rulet-First-Owner muss der auch erstmal ziehen. Das ist sehr nice. Nummer 13. Hoffentlich keine Unglückszahl für ihn. Stürmer? Oh nein. Bujol ist halt bodenlos, Jungs. Bujol ist halt bodenlos. Würde ich fühlen, mein Lieber. Auf jeden Fall eine Stürmer-Icon. Das wäre wichtig, mein Lieber. Komm mal. Pusch dich rein. Wer ist das denn? Oh nein, das ist Steko, oder? Ich habe so das Gefühl, dass die... Also heute sind die Eigen-Packs nicht ganz so krank wie das letzte Mal. Das muss man wirklich sagen. Erfindet Chat, Jungs. Steko auch eine Icon, die absolut 0,0 wert ist. Lässt sich weich spielen. Kann man halt mal probieren. Aber, naja. Du gibst halt 570k aus und willst halt keine Icon haben, die 90k wert ist. So, jetzt geht's los. Nummer 15, Skulls. Das siehst du direkt an den roten Haaren. Also gerade eben die letzten drei Icon-Packs waren bodenlos schlecht. Das muss man wirklich sagen. Die letzten drei Icon-Packs waren bodenlos schlecht. Leider Gottes. Aber wenn Laddi gesagt hat, der war nicht schlecht. Why not? Meinst du, das ist schlau? Kann man machen, Juppega. Kann man machen. Wird es aber eher einen Glitch machen. Und da sind wir beim 16. Das Cantona. Endlich mal. Nach drei schlechten Packs. Holen wir jetzt endlich mal wieder den richtig guten raus. Cantona. Baby. 80er Rating. Dickes GG. Auch hier haben wir, glaube ich, wieder den Millionen-Spieler erreicht. 1,27 Millionen. Cantona. Mit der Nummer 99. Dickes, dickes Big W in den Chat. Geil. GG, mein Lieber. Weltklasse Karte. Super, super nice. Wenn du mit dem umgehen kannst, ist die Karte absolut insane. Nr. 17. Wieder kein 90-Pluser. Oh, 30, 30, 30, 30. Campbell. Ist solide. Campbell ist auf jeden Fall solide. Zum Glück kein Moor. Und Campbell hat sich aber auch bei uns auch in der Weekend League Challenge gut spielen lassen. Der war not bad. Kostenpunkt bei Campbell. Knapp 341k. Gewinn machst du auf jeden Fall nicht. Aber sie ist definitiv spielbar. Ist definitiv die spielbare Karte. Bei mir war sie ganz okay. Nr. 18. Brasilien. Innenverteidigung. Oh, Alberto. Sehr geil. Hab ich persönlich nicht gespielt, aber war in den letzten Jahren immer mega, mega geile Karte. Die war letztes Jahr auch, glaube ich, bei über einer Million. Kostet jetzt nur 600 Karten zwar. Du gehst mit Plus raus. Das ist Big. Und der sieht richtig geil aus. Und ich glaube, es ist eine Icon, die siehst du gefühlt nie. Aber letztlich wahrscheinlich trotzdem richtig, richtig gut spielen. Let's go. Carlos Alberto. Würde ich auch mit Kusshand nehmen, die Karte. Weil so eine Icon sieht man nicht alle Tage immer in den verschiedenen Squads. Deswegen. Let's go. Let's go. Komm schon. Nr. 19. Nein. Da haben wir den Mittleren als SBC gekommen. Ich hoffe, du hast sie noch nicht angefangen. Ich hoffe, du hast sie noch nicht angefangen. Oh Mann, ey. Petriček. 86er, 154 K. Dickes F. Dickes F, mein Lieber. Dickes F. Pusch dich rein. Es wird werden. Italien. Kanavaro. Bitte, Kanavaro. Bitte. Nein, Nesta. Gib ihm Kanavaro. Oh, schade. Kanavaro hätte ich so gefühlt. Oh, Spartaner. Kopf hoch, mein Lieber. Habt ihr den Spiels? Ich weiß es nicht so wirklich. Nr. 21. Eto im ersten. Und im zweiten wird es... Crespo. Ah, Crespo ist nicht so nice, ne? Also, er wird wahrscheinlich gut spielbar sein. Den kann man auf jeden Fall mal probieren. Aber vom Preis her ist er, glaube ich, nicht so optimal. Du hast ja jetzt zwei Stürmer gezogen mit Eto und Crespo, ne? 260 K. Ist okay. Ist vielleicht spielbar, aber mehr auch nicht, Jungs. Mit Hand auf jeden Fall. Klar, spielbar ist er. Aber kostet halt jetzt nur die Hälfte, was das Eigenpack kostet. Das ist halt blöd. Nr. 22, glaube ich. Wieder keine 90-plus-Icon. Spanien. In dem Verteil kann nur Hierro sein. Auch Hierro. Ich glaube, Hierro lässt sich nicht schlecht spielen. Immer wenn ich gegen Hierro gespielt habe, ist das ein richtiges Brett in der IV. Aber man wünscht sich halt was anderes, ne? Man wünscht sich halt was anderes. 155 K. Belastend, Jungs. Belastend. Oh, Mann, ey. Mit Shadow auf jeden Fall spielbar. Klar. Wie gesagt, wenn ich gegen den gespielt habe, der war not bad. Der war immer gut gegen mich. Das war eine richtige Kante. Ja. Nr. 23. Sien. Nein. GG. Baby Sien. Mega Big Pull. Supergeile Karte. Richtig gute Karte. Sien. Auch meiner Meinung nach der bessere Sien als der mittlere. 850 K. Blanc gesehen. Sien gesehen. Aber wir sehen ja die ZM-Maschinen pro dem Herrn. Ja. Das muss er wirklich sagen. GG zu Sien. Big Big Pull. Big Big Pull, mein Lieber. GG. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Vakiri. Der passt halt auch überall rein. Den Sien kannst du immer spielen. Sehr nice. GG. Nr. 24. Wann sehen wir die richtigen Big Pulls? Nein, wieder hier, Ero. Ach, gib uns doch wenigstens Stürmer. Spanisch Stürmer, Butrauter, Toros, wäre doch viel cooler. Ah, schade, mein Lieber. Wie gesagt, hat man ja vorhin schon mal das Thema. Gegen mich war eigentlich immer gut. Verlasten, mein Lieber. Kopf hoch. Kam keiner pro Tag, Männers. Und los geht's. Komm mal. Deutschland Innenverteidiger. Oh, Philipp. Fipsi-Chat. Im 25. Kommt der Fipsi beim HSV-Trikot. Ja. Äh, okay. Ist halt geil, wegen, äh, ist halt Deutschland, ne? Deutsche Icon immer nice. 325k. Ist auf jeden Fall spielbar auf der LV-Position. Let's go. Das ist auf jeden Fall klar. Das geht auf jeden Fall völlig in Ordnung. Meiner Meinung nach. Das geht auf jeden Fall klar. Nummer 26. Gib uns auch was Gutes. Brasilien. Cafu. Let's go. Big. Geile Karte. Sehr, sehr geile Rechtsverteidiger-Karte. Cafu persönlich muss ich auch unbedingt dieses Jahr noch spielen. Ob es jetzt der Prime wird, der Moments oder auch der Baby. Mal schauen. Aber Cafu ist eine geile, geile Karte. Marius 578k. Genauso wie viel die SPC kostet. Nimmste, ja. Würde ich auch sagen. GG. Schönes Ding, mein Lieber. Sehr, sehr schönes Pack. Beste Erfahrung, den es gibt? Weiß ich nicht. Ich habe ihn halt noch nicht gespielt. Deswegen kann ich es leider nicht sagen. Traumtransfer bei Dortmund. Traumtransfers. Machen wir gleich, Jungs. Warte. Come on. Wir gehen rein. Oh, das ist nett. Oh nein, das ist Petit. Aua. Okay, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, Chat. 27. Das Icon-Pack geht komplett in die Hose, Jungs. Ach, Pires ist nicht Petit. Pires ist das nicht Petit. Nummer 28. Wahrscheinlich das drittletzte, was wir jetzt sehen werden. Komm schon. Nein, nein, nein. Nicht Gigs. Nein. Den wollte ich nie sehen, Chat. Oh, das gibt Flashbacks zu meinem Gigs letztes Jahr. Ach, Mann. Kopf hoch, mein Lieber. Das Gigs doch gar nicht. Oh, Mann. Ey, Kopf hoch. Ja, Gigs finde ich Katastrophe. Habe ich auch nie angefasst mehr. Wirklich nie angefasst. So, Boys and Girls, das war's. Das waren 28 Icon-SPCs. Im Gegensatz zu den ersten 2 Bestoffs, die wir gemacht haben, muss ich persönlich einfach sagen, ja, die waren nicht ganz so gut wie die ersten. Ja, im Endeffekt 570k, die kosten nochmal 100k mehr. Chat eskaliert übrigens. Kuss geht raus. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr auch dabei sein wollt. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht so richtig. Also, ich würde es eher weglassen. Ich würde die Finger davon lassen. Gerade jetzt, weil man irgendwie immer wieder merkt, ihr will irgendwie die Coins aus der Tasche ziehen. Deswegen abwarten, chillen. Ähm, und deswegen mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall dem Video noch einen Daumen nach oben. Sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Und, ciao, ciao. Kuss, kuss. Kuss, kuss, kuss.